Einen guten Rutsch für das Jahr 2021. Ich möchte mich im Namen des Teams von RentenBescheid24.de bei Ihnen allen bedanken für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2020. Vor allen Dingen auch für die vielen neuen Mandate, die wir bekommen haben, Ihr Vertrauen, was Sie uns entgegengebracht haben, die vielen spannenden und auch interessanten Fragen, die Sie uns gestellt haben und natürlich auch die kritischen Bemerkungen, die wir uns zu Herzen genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für das Jahr 2021, einen guten Rutsch und vor allen Dingen viel Gesundheit.